Hallo liebe Seniorinnen und Senioren aus Pfungstadt. Hier ist wieder Wolfgang vom Seniorenbeirat mit einem Video aus unserer Veranstaltung Fit für PC2. Wie Sie im Folgenden sehen werden, müssen Sie sich eigentlich keine Notizen während unserer Veranstaltungen machen. Das jeweilige Video sollte vollauf genügen. Sie müssen sich nur merken, wie Sie das hier auf YouTube finden. Unser Thema ist Windows Explorer für Fortgeschrittene. Was heißt hier eigentlich für Fortgeschrittene? Die Grundlagen des Arbeitens, unter anderem auch mit dem Explorer, werden in diesem Seminar Fit für PC2 sowieso vorausgesetzt. Also haben wir ja gemacht. Dazu gibt es mehrere Videos über die Grundlagen der Arbeit mit dem Explorer. In YouTube einfach in die Suche Seniorenfunkstadt gehen und die entsprechenden Videos auswählen und vielleicht nochmal rekapitulieren. Das ist Vergleich von Schreibtisch und Explorer. Eine nette Einrichtung. Dann Windows Explorer einfach bedienen und zum Schluss Dateien suchen mit dem Explorer. Also alles das, was hier drin steht, werde ich jetzt in diesem Seminar mit Sicherheit nicht mehr bringen. Da die Grundlagen abgehandelt sind, werden hier im Wesentlichen noch einige Erweiterungen beschrieben. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf dem Thema Effizienz. Also wie kann ich irgendetwas schneller, besser, runder, mit weniger Arbeit machen, durch Nutzung von ein paar Tricks und vielleicht auch ein paar Abkürzungen. Alles bezieht sich dabei auf Windows 10 und zwar in der Version vom April 2019. Denn es ist zwar nicht allzu viel, was Microsoft da jeweils macht, aber bei jedem Betriebssystem-Update besteht natürlich die Gefahr, dass sie was verbessern oder manchmal auch verschlimmessern, unter allem auch beim Explorer. Ganz zum Schluss werde ich noch auf ein paar alternative Dateimanager eingehen, die man auch einsetzen kann. Häufig auch kostenlos und die teilweise doch wesentlich mehr leisten, als der Windows Explorer es leisten kann. Gut, was machen wir meistens, wenn wir überhaupt mit dem Explorer arbeiten? Wir kopieren Dateien oder wir verschieben sie. Wie läuft das Ganze ab? Ganz einfach, zum Kopieren und zum Verschieben von Dateien muss ich in jedem Fall ein paar Dinge machen. Nämlich, zunächst einmal muss ich die zu kopierenden oder zu verschiebenen Dateien finden und markieren. Das ist halt unter Windows so. Dann muss ich irgendwie die Beförderung woanders hin anstoßen. Dann muss ich den Zielordner finden, in dem diese Dateien befördert werden sollen. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich die Beförderung abschließen. Das findet jedes Mal statt, wobei wir uns über das Thema Beförderung mal ein bisschen unterhalten können. Mögliche Beförderung sind, und haben wir zum Teilweise auch schon gehabt, die sogenannte Zwischenablage. Das heißt, wir befördern eine Datei zunächst in die Zwischenablage und entnehmen sie dann wieder aus der Zwischenablage und bauen sie irgendwo anders hin und löschen sie hinterher gegebenenfalls die ursprüngliche. Also, Zwischenablage, das haben wir gemacht, sowohl mit dem Kontextmenü, rechte Maustaste und kopieren bzw. ausschneiden, aber auch mit den Abkürzungen für kopieren, STRG und C bzw. STRG und X für ausschneiden. Ja, und STRG und V. Ja, ganz zum Schluss. Was wir auch noch machen können, ist, wir können das mit der Maus verschieben. Nennt sich so schön auf Neudeutsch Drag and Drop. Dazu müssen wir zwei Bilder offen haben, nämlich das jene, wo die Dateien herkommen und das, wo sie hin sollen. Dann können wir noch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen neu, zwei Schaltflächen im Explorer benutzen, nämlich die verschieben nach und die kopieren nach Schaltflächen im erweiterten Menüband. Und in Sonderfällen kann man auch noch das Thema Senden an im Kontextmenü benutzen, also mit der rechten Maustaste irgendwo drauf gehen. Abschließend mit der Beförderung, wenn wir diese Geschichte mit der Zwischenablage gewählt haben, dann mit STRG und V bzw. wenn wir das Verschieben genommen haben und die anderen Sachen einfach durch Loslasten der Maustaste. Was erweist sich, vor allen Dingen, wenn wir bei eben schnell am schnellsten, angenehmsten, das ist wohl definitiv die Geschichte mit der Zwischenablage. Das ist der quasi Goldstandard. Ja, wenn wir uns diesen Workflow mal angucken, dann ist zweifelsohne das Aufspüren, sozusagen das Navigieren in den ganzen Ordnern und das Finden der entsprechenden Dateien zweifelsohne die Hauptarbeit. Also, wenn man überhaupt was machen sollte, dann sicherlich nicht bei dem Thema, wie kriege ich das Zeug darüber, also die Beförderung, sondern wie kann ich die Dateien, mit denen ich jetzt rumoperieren möchte, am schnellsten und am angenehmsten finden. Letztendlich also werde ich jetzt Tipps und Tricks zum Navigieren im Dateisystem geben. Davon habe ich acht Stück auf Lager. Dann gehen Sie mal kurz durch. Explorer mit Hotkey starten. Jawohl. Manche Leute mögen die Maus nicht. Dann gibt es die sogenannten Benutzerordner. Bilder, Dokumente und so weiter. Möchte ich gerne mal darauf eingeben, was das ist. Das habe ich in einem Grundlagenseminar nicht getan. Der sogenannte Schnellzugriff, der seinen Namen nach meinem Befürwärten zurecht trägt. Da geht es nämlich schnell. Die sogenannten Bibliotheken. Erkläre ich mal. Dann das Thema Öffnen mit. Ist auch eine ganz feine Sache. Senden an. Naja, kann man ab und zu mal benutzen. Ich selbst persönlich benutze es nicht. Und wenn man sowieso eine E-Mail schreiben möchte, gleich einen Anhang mit dran packen. Geht auch recht elegant aus dem Datei Explorer, also dem Windows Explorer raus. Ja und wenn ich jetzt diese Sache mit der Maus, also der sogenannte Drag and Drop benutzen möchte, dann kann ich diese beiden Explorer Fenster, die ich dazu brauche, ganz geschickt und schnell platzieren. Ich zeige das jetzt mal am lebenden System. Ich starte jetzt mal den Windows Explorer. Und zwar nicht so, wie wir das sonst immer gemacht haben. Hier über diese entsprechende Schaltfläche. Sondern ich benutze aus dem Desktop heraus einen Hotkey. Und das kann man sich ganz gut merken. Das ist einerseits die Windows-Taste und andererseits das E wie Explorer. Also Windows-Taste und plus E. Und schon wird der Explorer gestartet. Was gibt es jetzt für Besonderheiten? Als erstes beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit den sogenannten Benutzer-Ordnern. Hier sieht man ja, sowohl unter dieser PC als auch hier auf der linken Seite, diese, ich nenne sie einfach mal Benutzer-Ordner. Das ist der Ordner Bilder, Desktop, Dokumente, Downloads, Musik und Videos. Wie gesagt, hier sind sie auch nochmal. Und das Auffällige daran ist, wenn ich jetzt mal hier reingehe, zum Beispiel in Dokumente, dann sehe ich ja hier oben den eigentlichen Pfad. Nur, ganz offensichtlich ist das nicht der richtige Pfad. Denn hier vorne steht dieser PC und dann Dokumente in diesem Falle. Nur, ja, auf welchem Laufwerk? Denn normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt mal irgendeine andere Sache nehme, ich gehe jetzt mal, sagen wir mal, auf das Laufwerk D hier unten und gehe hier mal in Fotos, dann sehe ich ja, dieser PC, Data D, Fotos. Vor mir ist noch ein weiter, Archiv. Das ist offensichtlich bei diesen Geschichten hier nicht der Fall. Hier heißt es nur, dieser PC, Downloads. Ja, wo zum Kuckuck sind denn jetzt tatsächlich diese Ordner? Und warum ist das Ganze so? Wir gucken uns das mal an. Und zwar weiß ich jetzt einfach, dass diese Ordner vom Betriebssystem eingerichtet werden. Und zwar sind die unter dem Systemlaufwerk, hier unten, das Systemlaufwerk ist C. Und dann gibt es dort einen Unterordner namens Benutzer. Den öffne ich jetzt mal. Und wir sehen jetzt hier verschiedene Benutzer. Ein Benutzer ist jemand, der sich an diesem PC mit einem eigenen Account, also einschließlich Passwort, anmeldet und dann relativ unabhängig von den anderen darauf arbeiten kann. Momentan benutze ich den Benutzernamen Seniorenbeirat. Und ich klicke jetzt hier mal doppelt auf. Und jetzt sehen wir, zu unserem nicht geringen Erstaunen, hier sind tatsächlich diese Benutzer Ordner. Wenn ich jetzt hier auf Bilder gehe, mir das angucke, dann sehe ich hier dieser PC, Laufwerk C, Benutzer, Seniorenbeirat, Bilder. Gehe ich hier mal auf Desktop. Ich gebe jetzt mal einen zurück, hier auf Desktop. Das gleiche Bild. Und so weiter bei den anderen auch. Warum ist das so? Dahinter verbirgt sich eine Eigenschaft von Windows 10. Windows 10 ist nämlich ein sogenanntes Mehrbenutzersystem. Das heißt, auf dem Rechner können mehrere Benutzer in vielfältiger Weise unabhängig voneinander arbeiten. Zwar nicht gleichzeitig, aber zum Beispiel hintereinander. Und da ist es vielleicht durchaus sinnvoll, dass der eine Benutzer sozusagen sich schützen kann vor dem Zugriff durch den anderen Benutzer. Nehmen wir mal an, ihr habt zu Hause einen PC, zum Beispiel einen jetzigen Laptop hier. Und ihr habt ein unbündiges Kind dabei. Eine Tochter. Ja, sagen wir mal. Diese Tochter ist 10. Und ihr wisst, sie kann zwar schon eine ganze Menge, manchmal mehr als ihr, aber ihr wollt ihr nicht den Zugriff, sagen wir mal, auf eure Bankdaten geben. Oder irgendwas anderes, mit dem sie vielleicht jede Menge Unsinn anrichten kann. Also, was macht ihr? Ihr richtet ihr ein eigenes Konto auf dem Rechner ein. Mit einem eigenen Namen und einem Passwort. Und dann sind die beiden sozusagen getrennt voneinander. Jeder kann arbeiten, aber kann nicht auf die Daten des anderen zugreifen, wenn er diese Benutzerordner verwendet. Und einer von denen ist ja einer, in dem man auch eine ganze Menge Sachen machen kann, zum Beispiel in Dokumente. Und da sieht man hier schon, oh, eine ganze Menge Zeug mit drin. Das ist also der Sinn der Sache. Diese Benutzerordner. Und damit sich jeder gleich wohlfühlt auf seinem Rechner, wird dann eben halt hier oben nicht, wie jetzt, wenn ich direkt reingehe, diese komplette Adresse angezeigt. Sondern einfach nur, ja, Videos, Musik, Dokumente, Desktop, Bilder. Bei der Gelegenheit, Desktop, das ist das, wo diese ganzen Dinger hier, die auf dem Desktop, ich mache den mal klein rumschwirren, zu finden sind. Also jedes Mal, wenn ich hier irgendwas drauflege, dann sehe ich das auch in dem entsprechenden Ordner. Ja. Okay. Das war also das Thema Benutzerordner. Und man sollte sie einfach benutzen, ohne groß drüber nachzudenken. Das Einzige, was man vielleicht mal mitmachen kann, ist, dass man eventuell so einen Ordner, vielleicht nicht gerade einen Desktop-Ordner, aber sagen wir mal, ihr habt zu viele Bilder und eure Platte C ist langsam auch sicher voll. Ihr habt aber auch noch eine halbwegs leere Platte D. Da könnt ihr tatsächlich diesen Ordner woanders hin kopieren. Und zwar so, dass Windows selber hinterher sozusagen euch gar keinen Unterschied zeigt. Der Ordner ist dann halt nur nicht mehr auf C, sondern halt auf D, aber unter dem gleichen Mechanismus. Gut. Was haben wir noch Schönes, was man als fortgeschrittener Benutzer einsetzen kann? Da ist das sogenannte Thema Schnellzugriff. Ich gehe jetzt mal wieder hier raus. Gehe mal auf mein Laufwerk D. So. Und hier oben sieht man auf der linken Seite Schnellzugriff. Kann ich mir angucken. Kann ich auch zusammenklappen und wieder auseinanderklappen. Und was ich hier drin habe, ist ein Teil der Benutzerordner, nämlich Desktop, Downloads, Dokumente und Fotos. Videos habe ich hier nicht drauf gemacht. Und ich habe noch eigene Ordner mit draufgepackt. Ihr seht hier den Ordner Wolfgang und den Ordner Rehse. Unter Rehse finde ich alles, was ich jetzt mit dem Thema Senioren und Seminare dazu zu finden habe. Hier seht ihr so Dinge wie Fit für Foto, Fit für PC, Fit für PC2 und so weiter. Ist klar, ich arbeite relativ viel mit diesen Dingen. Und ich möchte einfach, dass ich auf bestimmte Ordner von denen, wie eben halt auf diesen Rehse-Ordner, möglichst schnell zugreifen kann. Und wenn die irgendwo tief verschachtelt irgendwo liegen, dann ist das natürlich eine relativ starke Arbeit. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal auf Daten D und sage hier mal. Rehse, sage hier mal Fit für PC und sage hier Downloads für Seminar. Nehmen wir mal ein, ich würde jetzt relativ häufig auf Downloads für Seminar und zwar Fotos für Bildbearbeitung zugreifen wollen. Das sind diese ganzen Dinger. Was mache ich dann einfach? Ich gehe hier mal einen zurück und nehme das Ding, Fotos für Bildbearbeitung, rechte Maustaste und sage, einen Schnellzugriff anheften. Hier oben, das habe ich gesucht. Ich klicke da mal mit der linken Maustaste drauf und sofort ist Fotos für Bildbearbeitung in diesem Schnellzugriff drin. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt vorher mal auf C gewesen, wollte irgendwas machen. Jetzt muss ich ganz schnell in die Fotos für Bildbearbeitung. Da muss ich mich da nicht so durchklicken über Laufwerk D und so weiter. Ich sage einfach, da sind sie und schwupp bin ich sofort da. Also Fazit, wenn ich häufig sowas machen möchte, dann lege ich mir das einfach mal in den Schnellzugriff. Und da muss es auch nicht für die Ewigkeit bleiben. Ich kann jederzeit hier auf den Schnellzugriff mit der rechten Maustaste drauf gehen und kann sagen, vom Schnellzugriff lösen. Hier ist es. Ich klicke mit der linken Maustaste an und weg ist er. Also kommt nicht auf die Idee, jedes Mal, wenn er dreimal irgendwo in einen Ordner reinmüsst, das da reinzupacken. Denn wenn hinterher der Schnellzugriff hier erstmal 30 Dinger drin hat, dann ist die Übersicht natürlich ebenfalls weg. Also, wenn man weiß, man nutzt das jetzt in der Folgezeit doch häufiger und hat keine Lust, sich da innenlang abzuklicken, bis man dort ist, wo man hin sein möchte, dann kann man das machen und kann sagen, ich möchte ganz gerne mal mir das da reinlegen und habe dann einen Geschwindigkeitsvorteil. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist Bibliotheken. Was kann ich nun mit Bibliotheken machen? Zunächst einmal Bibliotheken. Ja, wo sind denn die Bibliotheken? Wenn ich hier alles durchgucke, sehe ich nichts. Das liegt einfach daran, Bibliotheken waren noch bei den letzten großen Versionen von Windows, zum Beispiel Windows 7, ein Top-Thema. Da gab es aber auch den Schnellzugriff noch nicht. Das wurde damals sozusagen als Schnellzugriff benutzt. Wenn man das unter Windows 10 auch benutzen möchte, muss man es vorher hier sichtbar machen. Wie geht das? Wie immer in solchen Fällen über Ansicht. Dann gehe ich in den Navigationsbereich. Das hier links ist ja der Navigationsbereich. Und sage, Bibliotheken bitte anzeigen. Und jetzt sehe ich hier unten die Bibliotheken. Was sind Bibliotheken? Bibliotheken nutzt man zum Beispiel, wenn man über sämtliche Platten verstreut diverse Ordner hat, die zwar jetzt physikalisch irgendwo unterschiedlich abgespeichert sind. Sagen wir mal zwei auf dem Laufwerk C, irgendeinem Unterordner und drei auf dem Laufwerk D irgendwo versteckt, die aber innerlich zusammenpassen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich möchte verschiedene Ordner zum Thema Reisen irgendwie zusammenfassen. Was haben wir bei Reisen? Bei Reisen haben wir einerseits Rechnungen, Hotelempfehlungen und ähnlichen Kram. Und auf der anderen Seite Fotos. Und jetzt wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, das mal zu machen. Wir schauen uns mal an, was in diesen Bibliotheken überhaupt drin ist. Ich klicke das hier unten mal an. Und da sehen wir, aha, da sind ein paar von den Benutzerordnern drin. Die sind sozusagen schon vom Betriebssystem reingetan worden. Ist vielleicht irgendwie nicht das, was wir haben wollen, aber egal. Wir gehen jetzt mal auf die Bibliotheken. Wir bauen mal eine neue Bibliothek auf. Und dazu gehen wir hier mal rein und sagen Neu, Rechnung Austausch, Neu, Bibliothek. Und da wollten wir ja den Namen geben, Reisen. Reisen. Das haben wir so aufgebaut. In Reisen ist natürlich noch nichts drin. Deswegen gehen wir hier mal nach da drauf und sagen hier oben Verwalten. Und gehen hier mal rein in Bibliothek Verwalten und fügen jetzt einzelne Ordner damit zu. Sagen wir mal also hinzufügen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Und zwar auf dem Ordner D haben wir einmal das Thema Rechnungen. Das fügen wir mit hinzu. Und dann sagen wir noch hinzufügen. Und zwar, da gehen wir auch wieder auf D. Da haben wir das Thema. Ne, das ist vielleicht nicht das Richtige. Bilder Fit für PC. Und das tun wir auch noch da rein. Okay. Und wenn wir uns jetzt mal uns hier unten angucken, Reisen, äh, dieses Bibliothek Reisen, dann sehen wir, da sind diese beiden Ordner drin. Obwohl die völlig unterschiedliche Orte haben, an denen sie abgespeichert sind, kann man sie hier jetzt beide gleichzeitig sehen. Ich könnte jetzt einzelne von diesen Dingern wieder irgendwo benutzen. Das ist also das Thema Bibliothek. Gut, was können wir noch machen bei Bibliothek Verwalten? Ich kann natürlich diese Dinger wieder hier rausnehmen. Also ich kann sagen, Rechnungen, nee, entfernen will ich nicht. Das will ich auch entfernen, will ich auch nicht. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich natürlich die Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte auch hier die Eigenschaften dieser Bibliothek löschen und weg ist sie wieder. Also nochmal zusammengefasst, wenn ich mehrere physikalisch an anderen Stellen abgespeicherte Daten habe, die aber innerlich zusammenpassen, dann lohnt es sich eine Bibliothek dafür zu machen. Das kann sogar so weit gehen, dass man auf seinen Daten ja von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus drauf gucken kann. Auf der einen Seite kann ich sagen, okay, was interessieren mich meine Urlauber? Auf der anderen Seite kann ich, also inhaltlich, Bilder, irgendwelche netten Erlebnisse. Auf der anderen Seite, wenn ich von der Seite der steuerlichen Betrachtung her herangucke, dann habe ich wieder ganz, ganz andere Sachen. Und sowas kann man wunderbar mit Bibliotheken abfedern. Ja, weitere Möglichkeit, ich mache es einfach mal wieder zu, da ich das auch nicht besonders häufig nutze, diese Bibliotheken, wollte ich mich damit auch nicht weiter beschäftigen. Gut, jetzt kommen wir zu dem Thema Öffnen mit. Was kann ich denn da machen? Ich gehe mal auf meine Downloads und gehe mal auf Downloads für Seminar und gehe mal auf meine Beispieldaten. Hier habe ich jetzt ein paar Beispieldaten und nehmen wir mal an, ich habe hier so ein Beispiel für eine Briefvorlage. Briefvorlage, oder vielleicht, ja, vielleicht dieses hier unten. Wenn ich da doppelt draufklicke, was passiert dann? Es wird LibreOffice geöffnet. Klar, bei ODT handelt es sich halt um eine LibreOffice-Writer-Datei. Und nehmen wir mal an, ich möchte die mal probeweise in was anderem öffnen. Dann gehe ich einfach mit der rechten Maustaste drauf und sage, öffnen mit. Es bietet mir Windows ein paar Programme an, von denen Windows der Meinung ist, man könnte die nutzen. Jetzt habe ich ein kostenpflichtiges Programm von Microsoft hier drauf, nämlich Word. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit der linken Maustaste drauf drücken würde, würde er es nicht in LibreOffice öffnen, sondern in Word. Mache ich mal. Ich habe also die Möglichkeit, relativ schnell umzuschalten und zu sagen, was schert mich mein Standardprogramm? Ich möchte das Ganze jetzt mal in einem anderen Programm öffnen. Und es sieht fast so ähnlich aus wie bei LibreOffice, aber es ist definitiv Word. Was ich auch machen kann, ist, wenn ich zum Beispiel auch in Zukunft diese ODT-Dateien, also eigentlich die LibreOffice-Writer-Dateien, wenn ich die ändern will, dann gehe ich hier drauf und sage, rechte Maustaste, öffnen mit. Und sage, andere App auswählen und könnte jetzt sagen, zum Beispiel Word, klicke einmal da drauf und sage, immer diese App zum Öffnen von ODT-Dateien verwenden. Wenn ich jetzt sage, okay, mache ich mal, dann öffne das natürlich einmal mit Word, ist klar. Ich mache es wieder zu. Wenn ich dann nachher ganz unbefangen dann nochmal doppelt drauf klicke, dann öffnet er es ohne groß nachzufragen, in Zukunft halt mit Word. Ich habe also auf diese Art und Weise für Dateien mit der Endung ODT ein neues Standardprogramm definiert. Ich mache es gleich wieder rückgängig, damit hinterher nicht alles zusammenbricht. Also wieder öffnen mit, sage, andere App auswählen, LibreOffice-Writer, immer alle Apps mit der ODT-Dateien damit verwenden und es funktioniert wieder. Also zusammengefasst, man kann einmalig oder ab und zu mal eine Datei mit einem anderen Programm öffnen, wenn das dementsprechend natürlich klappt und wenn nicht, auch gut. Ob es einen Sinn macht, jetzt zum Beispiel hier eine Bilddatei, die ja normalerweise, wenn ich sage öffnen mit, mit dem Standardprogramm von Microsoft geöffnet wird, das wäre in diesem Fall Fotos. Ob das jetzt einen Sinn macht, die jetzt zum Beispiel in einem Textverarbeitungssystem zu öffnen, weiß man nicht, aber man könnte es natürlich, wenn man wollte, mal ausprobieren, indem man das einfach macht, sich jetzt hier ein Textverarbeitungsprogramm aussucht. Oder zum Beispiel ein Malprogramm, das ist dieses hier, das könnte man dann mal machen. Das öffnet er es halt in diesem Malprogramm und nicht in dem Malprogramm Paint und nicht in dem dazugehörigen Microsoft-Paket. Nicht speichern, weg damit. Das war also das Thema, öffnen mit. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die wir uns ansehen können. Und zwar gibt es die Möglichkeit, jetzt so eine Datei zu verschieben oder zu kopieren nach. Das Problem damit, wenn ich jetzt sage kopieren nach, ist, hier sind nur einige wenige Standardziele definiert, genau wie hier. Und das Einbauen neuer Ziele ist ein bisschen erschwert. Also das macht man nicht mal eben schnell. Aber die, die hier sind, also wenn ich jetzt sagen würde kopieren auf dem Desktop, würde das wunderbar funktionieren. Ist aber eher ungebräuchlich. Die gebräuchliche Methode ist halt die Nutzung der Zwischenablage. Eine nette Sache möchte ich nicht verhehlen. Nämlich es gibt die Möglichkeit, so eine Datei blitzschnell in eine E-Mail zu verwandeln. Dazu geht man hier auf Freigabe und sagt E-Mail. Klickt das an und dann will er wissen, ob die Bildgröße okay ist. Ich sage okay anfügen. Und jetzt startet er das E-Mail-Programm, das er hier kennt. Hat er gemacht. Im Hintergrund wird das gestartet. Ich muss dazu den hier mal wegnehmen. Jawohl. Und er hat jetzt direkt diese Datei als Anhang eingefügt. Jetzt muss ich nur noch eine Adresse hier oben eintippen und kann sagen senden. Also das ist eine Möglichkeit, relativ schnell mal halt eine E-Mail zu verschicken mit einer Datei als Anhang. Sonst müsste ich ja den E-Mailer öffnen und müsste diese Datei als Anhang in eine zu schreibende E-Mail einfügen. Kann man machen. Das ist auch kein großes Ding. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist es schon eine nette Erleichterung. Gut. Ganz zum Schluss noch etwas. Nämlich, wenn wir bislang Daten von einer Seite oder von einem Verzeichnis in ein anderes packen wollten, dann gab es halt die Möglichkeit über die Zwischenablage. Das kennen wir ja nun sattsam. Die zweite Möglichkeit war, dass wir ein zweites Fenster aufgemacht haben. Und das kann man hier auch machen. Über die Kombinationen Steuerung und N habe ich jetzt zwei Fenster aufgemacht. Und ich kann die beiden jetzt halt, wenn ich das möchte, so groß machen, dass ich sie problemlos nebeneinander hinpacken kann. Aber ihr merkt schon, wenn ich das jetzt hier anfange zu machen, ist es doch eine Menge Kram, den man machen muss, bis man das so weit hin hat, dass man jetzt eine Datei nehmen kann und sagen wir mal, hier drüben irgendwo hinschieben kann. Ist also nicht so ganz einfach. Dafür gibt es einen Trick. Ich nehme einfach mal diese Datei. Oben ist also die aktive Datei. Kann ich auch zwingen, indem ich da drauf klicke. Und benutze jetzt die Möglichkeit, diese Datei komplett in die rechte Hälfte zu verschieben. Und zwar ist das die Tastenkombination Windows und Pfeil nach rechts. Er macht Windows und Pfeil nach rechts. Ich gehe auf den anderen drauf und sage Windows und Pfeil nach links. Jetzt habe ich die beiden sauber voneinander getrennt. Ich habe also mit zwei, drei von diesen kurzen Klicks das Ding so aufgebaut, den ganzen Bildschirm so aufgebaut, dass ich nur noch halbe, halbe diese beiden Fenster drin habe. Nun kann ich es natürlich ganz leicht machen, dass ich sage, okay, ich möchte ganz gerne, sagen wir mal, diese Datei in die Dokumente und zwar in den Ordner 1 reinschieben. Das wäre also diese hier. Nehmen wir rechte Maustaste und schiebe das Ding einfach hier hin kopieren. Und zack, ist er da. Das ist natürlich die ideale Möglichkeit, um, wenn man jetzt ein bisschen mehr damit zu tun hat, dieses Dateimanagement zu machen. Und das funktioniert halt sehr gut. Auf diese Art und Weise. Zusammenfassend möchte ich einfach mal sagen, man kann mit dem Explorer arbeiten. Man kann. Gar kein Zweifel. Funktioniert. Mache ich auch. Aber es gibt Verbesserungspotenzial, wie diese nette Grafik hier zeigt. Das sind im Wesentlichen zwei Sachen, die ich ganz gerne wirklich verbessert hätte. Zum einen, jeder Browser hat sie mittlerweile, wenn man im Internet rumsurft, die Sorten-Tabs. Das heißt, ich kann mehrere Situationen mir abspeichern und schnell von der einen in die andere umspringen. Das sollte ein Browser nicht nur haben, sondern auch der Dateimanager, in diesem Fall also der Windows Explorer. Und das Zweite ist, es sollten mehrere Dateifenster möglich sein. Mindestens zwei. Dann haben wir die größten Probleme, die der Windows Explorer bietet, letztendlich weg. Ich hatte ja versprochen, wir reden noch kurz über alternative Dateimanager. An erster Stelle sehe ich da den Dateimanager namens Q oder Q-DIR. Dieses Q steht für Quadro, also 4 und es ist wohl zu vermuten, das zeigen wir auch gleich mal, dass das etwas damit zu tun hat, dass man dort vier Fenster zeigen kann. Noch ein paar weitere, bevor wir das machen. Free Commander, Double Commander, XY Plora Free und der Total Commander, mein heimlicher Favorit, den ich mir sogar gekauft habe, auch wenn er etwas kostet. Das sind alles Dinge, die wesentlich besser funktionieren als der Windows Explorer, aber eben halt, ja, man muss es zusätzlich reinbringen und halt auch damit leben. Also meine Empfehlung, einfach mal im Internet nach alternativen Dateimanagern suchen und eventuell sowas mal ausprobieren. Den alternativen Dateimanager namens Q-DIR habe ich jetzt mal runtergeladen. Und zwar gibt es den in zwei Versionen. Einmal eine, die ganz normal unter Windows installiert werden muss. Es gibt aber auch eine sogenannte Standalone-Version, also eine, die man unter Windows starten kann, ohne dass sie in dem Sinne installiert werden muss. Die wird dann einfach in einem eigenen Verzeichnis irgendwo hingelegt und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir hier nur eine Verknüpfung auf den Desktop gelegt. Ich starte das Ding jetzt mal durch Doppelklick. Und was man sieht, ich mache es mal ein bisschen größer, ist zunächst erstmal hier ein ganz normaler Navigationsbereich, so ähnlich wie bei unserem Windows 10 Explorer auch. Und hier habe ich mal zwei Fenster aufgemacht, zwei Dateifenster. Man sieht hier unten immer dran, welches aktiv ist. Und das Schöne ist, ich könnte jetzt irgendwo reingehen, sagen wir mal Data D, gehe hier mal in Bilder Fit für PC. Und möchte jetzt, jetzt gehe ich mal in den anderen hier rein, das mal in den Ordner Downloads rein kopieren. Nehme mal hier diesen FFPC 17 und schiebe den einfach hier drüben hin und sage hierher kopieren. Also es entfällt jetzt, dass Windows Explorer notwendige Aufmachen von mindestens zwei Datenseiten. Die sind hier schon da und die kann ich einfach nutzen. Ansonsten hat das Ding auch jede Menge Dinge, die der Windows Explorer auch kann, aber das ist natürlich sehr angenehm. Und man hat hier die Möglichkeit, nicht nur zwei aufzumachen, sondern gegebenenfalls auch vier oder auch nur drei, je nachdem wie man sich jetzt gerne anordnen möchte und so weiter. Und wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dann möchte man das Ding eigentlich nicht mehr missen. Ich verwende es eigentlich nur aus einem einzigen Grund, nicht ständig, weil ich beim Windows Explorer halt die Gewährleistung habe, dass Microsoft im Rahmen seiner monatlichen Updates eben halt auch Fehler darin beseitigt. Hier müsste ich das Ganze selber machen. Aber mal ganz ehrlich, ein schickes Ding und ja, vor allem auf größeren Bildschirmen kann man natürlich unwahrscheinlich viel machen, wenn man halt vier solche Bildschirme zur Verfügung hat, obwohl zwei unter uns gesehen natürlich auch reichen.